guck guck da ist sie wieder seid gegrüßt bei einer weiteren folge zwischen der folge hier davor direkt davor liegen liegt ein ganzer odyssey stream der odyssey stream einer nummer 31 wer ist gern wissen möchte legen wir noch hier ein zwei runden ein für heute und dann ist auch für mich feierabend so weil ich bin die nächsten tage wieder unterwegs am tage das ist ja am tage ist man meistens dann unterwegs bleibt hat nur der abend oder vielleicht oder halt auch bis ein bisschen die nacht rein dass man hier die paar aufnahmen macht das heißt die paar aufnahmen ja aber aber ich mache es ja ja ich mache es ja gerne ja so okay nur sind wir in der letzten folge stehen geblieben wir haben das letzte mal ja hier die perücke hier uns organisiert und gebastelt damit wir aussieht wie petra die petra hat versucht auszusehen wie die nico und jetzt sieht die nico aus wie die petra es ist aber schön dass diese waren nur sie an der blonden haaren erkennen aber warum wir haben wir in der letzten folge erfahren dass die petra nicht gesehen noch nie gesehen haben nur dass sie eben kurze blonde haare hat und wie ich letztes mal schon gesagt habe lange blonde haare wäre mir lieber egal ob blond oder braun aber lang okay gehen wir mal jetzt mal flitze mal ein bisschen weiter da kommen wir nicht rein hey wer ist da oben ok dann müssen wir jetzt wieder dort weitermachen weitere blondi wo jetzt hier hoch hier ist eine kiste die wir schieben können die frage ist nur warum wo sollen wir hinschieben also hätte ich das noch gewusst dass wir hier aufgehalten werden ja mit der nico hätte ich das noch in die letzte folge mit reingenommen ich glaube warte mal mehr kommen wir damit hier bei dem dinge hier hoch ja gehen wir mal rum hier kommen wir hier eigentlich hoch jetzt sollen wir noch hoch kommen ja nein 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 ja hoch hier ja ach so das ist kaputt hier das ist eine kaputte treppe oder wie gehen wir mal runter hier auch so falls wir das hier drückt ja runter hier wo kommen wir hier hin weiß keiner deswegen gehen wir mal hier hoch aber schön das disco zeigt das hier ging überhaupt nicht an entweder klemmte die tür oder sie war verschlossen ich bin sicher sie klemmt ja ok gehen wir mal hier hoch ja ich hätte vorher speichern sollen entweder klemmte die tür oder sie war verschlossen auch diese tür wird bestimmt klemmen wo ist die frage rechts oder links auf jeden fall speichern wir das ganze dinge erstmal ein bisschen geht sich weiter es war ein schön gemeißelter wasserspeier er starte mich aus kleinen knopfaugen an mit einem wasserspeier kann man nicht allzu viel anfangen also ließ ich ihnen frieden ich dachte du könntest ihnen da war doch gerade was kannst du dich wirklich hier lang hangeln nö kannst du nicht also hoch mit dir ich hätte den warserspeier auch zu gern runter geschmissen vielleicht können wir das noch aber hier kommen wir nämlich auch nicht an dem ding vorbei der wasserspeier war vom jahrhundertelangen einfluss der elemente verwittert er sah aus als könnte ihn der kleinste stoß zu fall bringen ich bin sonst sehr für denkmalschutz aber not kennt kein gebot jetzt hat er unten natürlich keine sau gehört ach so ja ja das los das los na komm und nun mit einem wasserspeier kann man nicht allzu viel anfangen ja 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 also ließ ich ihnen frieden ja und jetzt etwa hier runter können wir was mit den fenstern anfangen und kurz sollst du hier runter sieht so aus ja rechts oder links ist ja die alte frage ne warte mal hoch kommst du so weit hoch achso wenn wir erst mal auf die andere seite gucken gehen sollen wir gehen warte mal wir gehen mal auf die andere seite gucken und vielleicht ist doch noch irgendwas zu holen was wir gebrauchen können so rota hier gut hier gibt es noch nicht mal was zum klettern okay alles klar das war wieder mal unfällig umsonst aber jetzt ich habe keine flasche mehr hier verdammt ist leer ne alle 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 und ich habe keine flasche mehr man auch Depending wenn Da ist niemals ein Fenster offen. Das Fenster war offen. Offenbar hielt man hier oben strenge Sicherheitsvorkehrungen für unnötig. Aber niemand ist sicher vor George Stobart, genannt die Katze. Mhm. Können wir nochmal raus. Was können wir hier machen? Die Tür? Die ist doch bestimmt wieder abgeschlossen, oder? Was ist das denn? Es war eine alte Öllampe. Sie war sicher seit Jahren nicht benutzt worden. Die Lampe hatte einen alten Drehknopf zum An- und Ausmachen. Igitt! Zumindest funktionierte der Drehknopf. Joa. Als ich den Knopf drehte, tropfte das Öl nicht mehr. Brauchen wir das? Was? Das war keine besonders gute Idee. Das stinkt doch irgendwie. Das Öl begann wieder zu tropfen. Es gab keinen Grund, das zu versuchen. Nein, nein, nein. Als ich den Knopf drehte, tropfte das Öl nicht mehr. Ja. Ich will hier irgendwas drunter halten. Das Öl begann wieder zu tropfen. Ja, 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 ja. Komm, quatsch nicht. So würde ich keinen Erfolg haben. Das würde hier nicht gehen. Hm. Dann haben wir hier noch ein Seil. So würde ich keinen Erfolg haben. Ja, machen wir dazu. Das ist doch bestimmt für irgendwas noch zu gebrauchen. Als ich den Knopf drehte, tropfte das Öl nicht mehr. Ja. Na, jetzt noch eine Kiste zum ziehen. Warte. Erst mal gucke ich hier, ob die Tür wirklich abgeschlossen ist. Die wird doch abgeschlossen sein, oder? Hm. Nein, so doch nicht. Ja. Jo, gehen wir mal hier hoch. Für irgendwas werde ich das Öl schon brauchen. So, die hier können wir ziehen. Oder schieben. Nee. Achso. Wir müssen dort hinten den Durchgang freilegen. Hm, runter hier. Ähm. Na. Nö, ich drücke auch die falschen Tasten. Ja, ist gut. Ja, ich drücke Fuck. Das ist gut. Nein. Dumm, 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 dumm Oh, was los? Oh, da hinein Oh, ich hätte es speichern sollen, oder? Jetzt sind wir wieder draußen Klasse gemacht Warte mal, oder? Wo lang? Hier vorn? Hier geht es nicht weiter Okay Aber diese alten Schlösser und sowas, sie haben es immer noch in sich Obwohl das Ding ja noch relativ neu aussieht, hier sind richtig uralte Bogen Jetzt sind wir wieder unten, klasse gemacht! Ist das hier offen? Es war nur eine Tür, nichts interessantes daran Verschlossen, vielleicht gab es eine andere Möglichkeit Ja, 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 ja Gibt es hier hinten? Ja Nein Ähm Wo bin ich hier? Ich sehe nichts Ah, guck mal hier Ja Dafür brauche ich das Öl Das war keine besonders gute Idee Die Frage, womit nehme ich das Öl mit? Das würde hier nicht gehen Nein Ich muss also wieder erstmal hoch Wo bin ich hier reingekommen? Diesen ständigen Blickwechsel, ich weiß nicht wo ich bin Hier Lauf doch mal wie ein anständiger Mensch hier Wo ging es rein hier? Hier Hier Ja Womit nehme ich jetzt das Öl mit? Ich hätte gesagt, mit der Öl und der Öl sie ja eintunken Ja, probieren sie alles aus So kam ich hier nicht weiter So kam ich hier nicht weiter Das war keine besonders gute Idee So würde ich keinen Erfolg haben Das war nicht ganz richtig Das war nicht ganz richtig Es gab keinen Grund, das zu versuchen Ich dachte, also die Alupfolie zu einem Beutel formen Das würde mich nicht voranbringen Nein Als ich den Knopf drehte, tropfte das Öl nicht mehr Das Öl begann wieder zu tropfen Ja, 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 ja Ähm Das war nicht ganz richtig Das war nicht ganz richtig Das hatte ich erwogen, entschied mich aber dagegen Was hatten wir hier noch Das würde ich auf keinen Fall tun Hm, holen wir da noch einmal So kam ich hier nicht weiter So was Ich muss da wahrscheinlich, äh Vielleicht Warte, warte Ich muss da noch mal Hubsweg ins Schloss Mhm Und jetzt schon wieder Verdammte scheiße Werbung dauernd Leute, das ist Ich hasse das Was Ja, warte, auf der linken Seite Vorsprung, ne Klettert Öl, 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 Öl Öl, Öl Öl, Öl, Öl Öl, 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 Öl Auf der Burgenmauer Und da der Gang Blablabla Eingeroste Gegen Öl, finden sie ein Großrohr Ok Alles klar Lassen wir das tropfen Wir machen das mal zu Wir müssen wieder runter Wenn der Knopf drehte Tropfte das Öl nicht mehr Ja, also Es würde zureichen Wenn die das wirklich nur Den einmal sagen lassen Der Rest nervt einfach nur Ja, rüber hier Ich hatte ja den richtigen Riecher Aber ich wusste halt bloß nicht Wo der Gegenstand ist Den wir dafür direkt noch brauchen Und den holen wir jetzt Na los, hier Aber auf die simpelsten Dinge Da kommen die Leute Also hier Das ist einfach nicht im Spiel drin Ich hätte wirklich die Walofolie genommen Hier so eine kleine Schüssel Mehr oder weniger Hätte er raus geformt Aber und Hier Hm, genau Das alte Abflussrohr führte an der Wand hinauf Aber es sah aus als wäre es kaputt Auch recht Das Rohr war sowieso nass und schleimig Es war ein altes, verbogenes, rostiges Abflussrohr Eine alte Blechtasse hatte ein Überlaufrohr verstopft Hm, und die nimmst du bitte mit So Hast du das Ding jetzt Genau, genau das Ding brauchen wir So, wieder hoch Na Komm doch mal vor dort Eine 3D-Steuerung mit festen Kamerapositionen ist furchtbar Da lobe ich mir immer wieder Tomb Raider Oh, hier rein Läuft der momentan bei mir auf dem Kanal Aktuell beim 4. Teil Komm, alle, alle Teile kommen noch Nein Dann schieb's halt weg Oh, hier Oh Das Öl begann wieder zu tropfen Ja Oh, hier Ich goss etwas Öl in die alte Tasse Jo, mach zu Als ich den Knopf drehte, tropfte das Öl nicht mehr Und jetzt würde ich den Satz nie wieder von dir hören Och ja Lauf Ach Oh, da lang So, wo war das Ding jetzt? Voll hier drüben irgendwo So Hey, hier Hey Ich find's nicht mehr Hey Hier So, wir speichern aber mal durch hier So Dann, äh, den da Hoffentlich würde das Öl die Scharniere lösen Ich konnte fast hören, wie die Scharniere vor Erleichterung aufseufzten Dann mal los Wenn man sowas in so einem Spiel sieht, dann weiß man sofort, es geht nicht gleich auf Mir fiel ein prima Buchtitel ein Tausend und eine Verwendung für Lampenöl So, geh mal da runter Madame Petra, wir haben sie nicht ankommen hören Offensichtlich Hatten sie eine angenehme Reise? Nein, los, wieder an die Arbeit, alle beide Jawohl Madame Die Sicherheit ist hier viel zu lasch Ja Madame, ihr Gepäck ist schon in ihre Zimmer gebracht worden Das will ich doch hoffen Elendes Miststück Dem kann ich nur zust... Dem kann ich... Hey, dem kann ich nur zustimmen So, ok, wen haben wir hier? Nur ein paar Lieferscheine Einige waren für Lebensmittel, andere für Waschpulver Bei diesem Haufen wäre ich ungern Waschfrau So, wo können wir hier noch hin? Das ist das Eingangstür, oder? Oh, jetzt können wir uns frei bewegen hier Ich überlegte, ob ich ihn streicheln sollte, aber irgendwie hänge ich doch an meinen Fingern Entschuldigung, können Sie mir helfen? Sie sind Madame Petra? Richtig Was kann ich für Sie tun, Madame? Der Hund sieht sehr gefährlich aus Er ist darauf abgerichtet zu töten, sobald er losgelassen wird, Madame Gut Lassen Sie ihn ja nicht in meiner Nähe los, klar? Nein, Madame Hörst du, Valdi, du sollst der netten Frau nichts tun Valdi? Valdi oder Valdemar Nein Hier hinten war noch irgendwo noch so ein Mittelgang Wir versuchen erstmal hier drinnen irgendwas zu reißen Ansonsten renne ich jetzt ja draußen rum, völlig umsonst Das wollen wir ja nicht Oh, hier gehen wir wieder rein Wir gehen versuchen mal, wo war das? Hier hinten, hier hinten, irgendwo hier hinten waren wir doch schon Hier Was ist hier? Was ist hier? Ist das die Küche? Nö Ich wollte nicht mit Sachen herumspielen, von denen ich nichts verstand Mhm Was sehr schlau ist Oh mein Gott Die Frau saß wie gebannt vor einem Computer Sie war ganz in ihrer Arbeit vertieft Und nahm überhaupt keine Notiz von mir Entschuldigung Bitte unterbrechen Sie mich nicht, Madame Ich darf keinen Fehler machen Sie müssen mir ein paar Fragen beantworten Was machen Sie da eigentlich? Tut mir leid, Madame Ich habe strikte Anweisungen Nur Senior Sosaro Bericht zu erstatten Bis die Vorbereitungen für die Armee La Sphäre abgeschlossen sind Ja Natürlich Miststück Oh, da haben wir ja noch mehr, oder? Ich traute mich nicht, die Computer auszuschalten Eine Menge Computer standen da und surrten laut vor sich hin Ja, was ist das hier? Es war ein Lageplan der Sicherheitseinrichtungen für einen bestimmten Teil des Gebäudes Ich hatte keine Ahnung für welchen Hm Okay, gehen wir wieder raus hier Hier war die Küche Speichern Speichern Irgendwo war die Tür hier Das ist aber eine Wand Hier hinten war die Küche Wenn wir hier reingehen, erkennt der uns wieder? Geh mal raus hier Der Koch ist weg, der Koch ist weg Wer hat ihn bloß gesehen? So, was war hier? Ach, hier bin ich hergekommen Wo war der Gang dahinter, oder? Die Tür war verschlossen Achso Achso Okay, natürlich Das war hier Das war der Gang Da hätten wir eigentlich alles erkundet Wir wollen jetzt hier reingehen Die Sicherheitstür hatte weder einen Griff, noch einen anderen sichtbaren Öffnungsmechanismus An der Wand war allerdings ein Kartenlesegerät Und die Karte, die hat dann zu Ort Ich brauchte eine funktionierende Keycard, um die Tür zu öffnen Gibt's was Neues? Ziemlich ruhig bis jetzt Was ist mit der Sicherheit hier drin? Wir haben alles fest im Griff Gut, und was fällt Ihnen ein, im Dienst zu lesen? Ich will mich nur weiterbilden, Madame Wenn ich Sie nochmal beim Lesen erwische, können Sie vor Ihrem nächsten Buch Blindenschrift lernen Jawohl, Madame Verzeihung, Madame Wohin wurde der Gefangene gebracht? In Senior Susaros Büro, untere Ebene Ist er allein? Zwei Wächter sind bei ihm, Madame Er kann nicht entkommen Das möchte ich auch für Sie hoffen Die Sicherheitstür dort drüben Könnte da jemand durchkommen? Nein, Madame Sie ist optimal gesichert Übrigens, Madame Haben Sie schon mit dem Sergenten gesprochen? Hm Nein, ich lasse mir später von ihm berichten Er wartet darauf, Ihnen Ihre Sicherheitskarte zu geben Aha, wo finde ich ihn? Er kontrolliert die äußere Begrenzung, also ist er irgendwo draußen Danke Okay Probieren wir mal unser Glück Irgendwo draußen Donnie, war der ja Rühren! Jawohl, Madame Ach, das ist der Typ Sie Sie, ich brauche Hilfe Sie sind Madame Petra, nicht wahr? Nein Ich bin Madonna Wow Idiot Natürlich bin ich Madame Petra Was für ein ekelhafter Hund Danke Madame Wie heißt er? Raptor Wie passend Jedenfalls passender als Valdi Auf jeden Fall Ähm Wo gehen Sie hier hinten hin? Was ist hier? Wer ist hier? Hier steht auch einer Ein Sau-Stall ist das hier Tut mir leid Madame, ich kenne Sie nicht Ich bin Madame Petra Sehen Sie das nicht? Natürlich Madame, das hätte ich mir denken sollen Ja Komm ich rein? Nee Warte mal, wo war denn? Was war hier? Wo war die eine? Hier war das mit den Kisten Was war hier? Ach nee, hier ging es nicht lang Hier war das mit den Kisten Da bin ich hier rüber geschlichen Bin dort links über die Mauer geklettert Hier lang Da bin ich hier rausgekommen Ah, guck mal Ich bin Madame Petra Ich bin gerade angekommen Natürlich Madame, ich habe einen Sicherheitsausweis für Sie Da, bitteschön Danke So So Und wie wir den benutzen Wo bist du, wo ist die jetzt? Hier hinten Der reinste Urgarten hier Waldi So Wir gehen aber erstmal hier rein So Komm schon Ähm So So Und wie wir den benutzen Sehen wir sogar auch schon in der nächsten Folge Mhm Japp So siehs aus Und damit hoffe ich das ganze Ding hier heute hat euch gefallen Dankeschön fürs Zusehen Habt noch einen angenehmen Aufenthalt in der Bundesrepublik Deutschland Damit Tschüssi